Sascha Damm ist bei mir und zwar die neue Fußballspielzeit in der Bezirksliga geht wieder durch und ihr habt einen neuen Verein gegründet. Wie nennt ihr euch jetzt? Wir sind hier Eskisch mit Pattens in Das Haus seit diesem Jahr. Wir haben den Zusammenschluss, den wir in der Jugend schon hatten mit Das Haus und jetzt auch im Herrenbereich dazu. Genau und gut gestartet. Ihr habt ja gleich das Mastersturnier so erstmal mitgenommen. Genau, es lief denke ich sehr gut zum Start. Tut uns auch gut, dass ein paar neue Jungs dabei sind und wir haben ein bisschen den Konkurrenzkampf von Serien auch angegriffen und von daher ist lange dazu reingekommen. Genau, also es sind durchaus ein paar von Arzhausen sind bei euch und machen bei euch mit. Genau. Und wann ist genau das erste Saisonspiel? Weil da ist ja große Party bei euch. Genau, am 4.8. geht es los gegen Meckelfeld zu Hause. Flüchtlingsspiel direkt zum Beginn gegen Meckelfeld, gegen richtig guten Gegner und ich denke das könnte richtig gutes Fußballspiel werden und die Rahmenbedingungen abends, Flüchtlingsspiel, Freitagabend. In den Packen. Genau. Anstoßzeit blenden wir ein. Dafür wünschen wir euch natürlich gutes Gelingen, gute Spiel, gute Spielzeit und wann bist du wieder fit? Was rechnest du? Meckelfeld wird vielleicht noch ein bisschen zu knapp, aber ich hoffe eine Woche darauf bin ich dann wieder dabei. Ja, klasse. GELSCH 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 Bis zum nächsten Mal.